Hallo, hallo, hallo. Hier ist der neue Sportvlog. Wir sind schon nach dem Training, aber ihr seht gleich nach dem Intro, was der Miguel und ich gleich leisten. Wie die Sau, sag ich euch. Wir sind bei dem Taunusfighter in den Mittstein und hier geht's nach dem Intro gleich richtig ab. So, wir gehen runter in die Liegestützposition, weil ich bin da interessanter gesagt, ich wundere. Aber dann gucken Sie in der Ecke dann das Bliech an. Wer interessiert das? So, eins, zwei, und du machst 15, drei, vier, fünf, ihr Nasenberg, fünf, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neuneinhalb, neun, drei, vier, und zehn, aufstehen. Was ist das mit dem Intro? Alles was ist, vier Stunden hintereinander, ich hab die Paxen dicke, wenn man das hört. Ja, ja, ja. Das ist das mit dem IronCaston Corner. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020